Hallo zusammen, mein Name ist Finn Schraner. Ich bin Koch im zweiten Lehrjahr im Spital Affolter Malbis und ich zeige euch jetzt meinen Alltag. Kommt mal mit! Meine Haupttätigkeiten als Koch sind leckeres Essen für unsere Patienten, Bewohner und das Personal zu kochen, anzurichten und zu präsentieren. Vorbereiten für die nächsten paar Tage gehört auch dazu. Ich mag diese Lehre, weil es ein super Team ist. Wir stehen alle zueinander, sind wie eine grosse Familie. Jeden Tag ist anders. Die Zeit vergeht sehr schnell. Ich kann meine eigene Idee bringen. Und sie umsetzen. Wenn du hier eine Lehre machen möchtest, musst du einfach motiviert sein und Freude haben, mit Lebensmitteln zu arbeiten. So, das war mein kleiner Einblick in meinen Alltag als Koch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, bewerbt euch heute noch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.